So, willst du nochmal? Ja, klar Oder war das zu aufwendig? Das Suchen am Anfang Sven, du musst bannen Oh Ich wollte gerade schreiben, please Ja, genau Wir sind ja hier alle im Duo-Team Also hier sind ja nur Duo-Teams In der Queue Ja, klar, macht ja Sinn 2 plus 2 ist 4 Oh mein Gott, ich kann zählen Ja Deswegen gibt es auch nur Solo, Duo Und komplettes Team Macht Sinn Weil dann Ich mein, bei Duo Man könnte Duos und Solos Also noch zusammenpacken Das hat 2 plus 1 plus 1 Das geht ja auch noch Aber ich glaube, es sind es momentan nicht Das ist, glaube ich, nicht zusammen Das picken wir Ja Soll ich jetzt wieder Support picken? Ich wollte eigentlich Support spielen weiterhin Soll ich Support picken? Dann würde ich aber den Finn picken diesmal Ne, ich will weiter Support spielen Ich geh nicht Ich geh in einen Stern Ich habe Lust auf das Abilities Ich habe noch nicht die richtigen Taunt Aber Kommt nach dem probieren Ich gehe nicht die Hausten Und dann habe ich das Ich gehe nicht die Hausten Und dann kann ich das Die Hausten Ich würde ja �w, dass ich die Hausten Und dann habe ich die Hausten Bis zum nächsten Mal Und dann habe ich den Boden Ja, jetzt. Ich muss ja gerade noch ein bisschen was umstellen. Swap? Ne. Lock. Ah, was haben wir denn jetzt? Ein Kitty? Hund? Alter, what the fuck? Oh, ne. Wir müssen laufen. Da hätte ich doch Quark nehmen sollen als Support. Ja, weil die mir ganz schön hinterher laufen. Ja, da kann ich halt weglaufen, wenn die mir hinterher laufen wollen. Ja gut, kriegen sie halt Damage. Ich habe übrigens jetzt in dem Aal drin, dass die auch auf Verbündete springen kann. Und dann Might und Energize die nächste Runde gibt. Ist cool. Richtig gut. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ungefähr. Ja, ich habe das Problem, dass ich irgendwie ganz oft, wenn ich den Aal einsetze, sind die Gegner am Arsch der Welt. Und dann springt er halt gar nicht. Und dann kann er wenigstens zu mir zurückspringen, sozusagen. Hm. Dann hast du nochmal die Chance, dass er im nächsten Hüpfer noch was kriegt. Ich glaube, der macht nur zwei Sprünge. Ja, ich glaube, dass er wieder zwei Hüpfer kriegt dann. Sonst kann er auch den Gegner auch an, dann hüpft er zu dir, dann kann er auch zu wem anders hüpfen. Ja, mal sehen. Es gibt ja eine Mod, dann kann er noch einen Hüpfer mehr kriegen. Ja, aber du kannst sie nicht beide gleichzeitig benutzen. Schade eigentlich. Einfach jeden Mod für die Ulti nehmen. Genau. Über die Ulti voll ausmodden. Ja, wobei, dann hast du das Problem, dass du deutlich langsamer Energie kriegst. Also kannst du sonst für mehr Energie modden. Jetzt war schon wieder die Map. Gibt es nur die Map momentan im Ranked oder was? Ich denke aber, wir haben mehr Range. Also ich würde gerne diesmal auf diese Seite gehen. Wirst du wahrscheinlich auf die Fresse kriegen, wo du jetzt bist, ne? Das ist so ein üblicher Schuss, den man mal macht dahin. Hm. Ich hab's noch nicht. Gott, wo ich hin soll. Der ist nur dein. Ist das wichtig? Wo du hin sollst? Hab's die Energie. Ja logisch. außerdem jetzt getroffen werdet und schild hat auch noch diesen recht zwei schon recht geschnappt der hund ist halt die frage wo der ist da ist ja irgendwie bis dahin komme ich mache ein deutsch dahin ich probiere mal ich bis dahin komme du läufst mir ein bisschen weit vor muss ich ehrlich gesagt scheint wohl doch nicht doch zu sein ist vielleicht drüber gelaufen also ich treffe ja auch nichts dort oder schon gedächt weg zu tun kann ich kann ich sein doch wenn sie noch eine mittelstand kann die kette des seien oder gedächt hat stimmend das ist drüber gelaufen ich reindaschen weiß nicht irgendwo muss der hund noch kommen ich glaube der hund wird uns gleich in den arsch ficken ich würde eher warten weil ich denke der wird unsichtbar sein und wenn sein unsichtbar abläuft ist cooler ob sie gewirkt mich nicht da ist nämlich was guck mal da ist der hund sag ich doch der hund könnte mich jetzt rausziehen oder verhindern dass nämlich dazwischen das kann es natürlich tun ich finde mich richtig geil da müsst ihr mich kriegen das ist von mir kann er das ruhig machen ja das wäre super ach nee dann lauf ich ruhig und du auch das wäre das du auch ich bin da du auch die 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 du auch was Runde. Also sowas von durch. Ich kann immer noch zuhauen und der Hund könnte mich fressen. Aber gut. Jetzt würde ich gerne den Schrei machen, aber nein. Mein Arzt springt ein bisschen. Ja, in dem Moment, wo ich auf Cancel drücke, weil ich noch was ändern will. Ach, verdammte Zeit ist schon vorbei. Also es gab mir auf jeden Fall ordentlich Energie. Es gab hier auch ein Leben wieder. Wieso hat der 42 Damage gemacht? Wieso hat der 42 Damage gemacht? WTF? Ja, die waren alle auf mich anscheinend. Jetzt bin ich zu meinem Weg. Okay, die Runden ist durch, die Runden ist durch. Ja, ich muss eh ausweichen. Also von daher muss eh so oder so dashen. Schon zwei Ultis. Aber die haben halt ihren ersten Move nämlich gut koiniert. Surrender? Surrender? Nein, es gibt kein Surrender. Spiel weiter und versuch's. Wir sind halt ein bisschen zu weit reingelaufen. Und das ist ja dann. Der Hund läuft auf mir hinterher. Warum würde sie... Warum würde die Suki auf den Hund das Ding machen? Ich hab' jetzt dich und Celeste oder dich und Suki? ich glaube die spiele auch gerade richtig gute kombo mit helio rask muss man einfach mal sagen und die spielen es auch gut aus weil mich halt töten schade kann sein dass das helio totes die bombe ja auch aktiviert werden erwachen erst nächste runde erst nächste runde vielleicht überlebe ich das mal sehen sehr ein bisschen ein kleines wunder aber vielleicht überlegen aber jetzt müsste hier die bombe abkriegen ja das richtig wobei die wenn ich beide fressen und überlebe ich das nicht ich treffe eine gute ulding die leute damit getroffen das ist fies ok dann überlebe ich es doch wenn der hund mich nicht angreift macht mir rask nicht genug der mensch dann muss man anders angreifen ich glaube nicht dass das so verloren ist muss ich jetzt einfach mal sagen er greift mich noch an schade dann stehe ich doch nicht da stehe ich doch aber drei zu zwei du hättest vielleicht nicht aus der deckung rausgehen sollen und jetzt stehe ich doch ganz alleine oder was jetzt musst du weg irgendwo heilung holen oder so ja ich würde nicht sagen wo du hingehst ich würde mich eigentlich in der nähe von dir spawnen ich kann dich in zwei runden nicht wieder heilen du läufst da rein ja die heilung muss die auch sein du stehst aber echt ungünstig muss ich mich dahin bewegen damit ich das euch heilen kann wir sind richtig schöne linien also ich kann euch jetzt zwei heilen euch beiden aber wir stehen trotzdem richtig bitter in der linie und der die 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 Wenn Sasuki macht, hat viel zu wenig Damage, muss ich einfach mal sagen. Na, er greift sich noch einmal an. Ja. Sasuki macht nicht genug Schaden. Der Hund erscht mich jetzt an. Wo geh ich hin? Ach, die kann doch ich wenden. Das ist natürlich schick. Und keiner dash, das ist gut der Match. Ne, dass der Hund mich anders war mir klar. Das wird deine Brüder geäußert werden. Ich habe mich das zweite Mal tot. Ich heil halt mehr, aber der Rask macht halt unglaublich viel Schaden gerade. Unsere Suki rennt halt nur weg. Das ist echt kacke. Schieß doch da rein. Kannst nicht stüllen mit der dicken Wand. Wir müssen eigentlich so um die Wand schießen können, dass immer noch beide trifft. Das ist Suki. Wobei der, der vorgesteckt kann auch nicht wirklich der schon, aber... Sogar 3. Ist da jetzt immer hingeschossen. Ich vergesse immer, dass die School dann direkt wieder zurück geht. Der Hund ist wieder unsichtbar, ne? Der Hund ist wieder unsichtbar, ne? Ne, hab ich nicht. Schweinerei. Guck mal, da ist der Hund wieder. Das ist doch indirekter Schaden dann von ihr. Das löst also nächste Runde gar nicht deine Falle aus. Ich glaube ich muss mal drauf schießen. Oder kannst du ihn treffen? Naja, nicht wirklich. Voll mit dem Match. Kannst du auch drauf schießen? Ja, aber ich kann drauf schießen. Zumindest zum Auslösen von dem ganzen Quatsch kann ich machen. Aber ich glaube ich bin auch der einzige der momentan drauf schießen kann. Neben dir. Ich glaube er ist tot, ja. Wenn ich jetzt noch auslöse, ist es wahrscheinlich so schlecht, ja. Triff auch noch an und... Irgendwie zähl... ö 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 ö. Ja. Ja, dann... Klick. Sehr schön. Ach, gehst du mir auf den Sack. Weißt du das? Ich kann schon wieder ulten. Du kannst schon wieder ulten. Ich hör mal die Heilung bitte. Ja, kannst du haben. Nicht, dass du jetzt klaust. Moment, kann ich irgendwo anders? Nee, kann doch auch. Klar nicht sinnvoll. Die da drüben retten. Ah, sie dashed eh. Von daher passt schon alles. Sie ist halt am Arsch der Welt. Wie soll man... Wie soll man ihr denn helfen? Ich teste mal, wo Papp ist. Guck mal, ich treffe ihn sogar. Ich hab da zwar vermutet, dass er tot ist. Aber ich war mir nicht so sicher, dass ich das weitergeben wollte. Unbedingt. Oh, jetzt erwische ich halt die Katze. Das ist aber schlimm. Nein, es wird schon erwischt. Nein, es ist ausgelöst. Das ist echt gut. Das hat ja Dingens schon. Ausgelöst. Ich heile dich nochmal. Aber mehr kann ich nicht tun, ne? So richtig. Den Aal kann ich nicht direkt auf dich feuern. Von daher kann ich nur dich heilen. Ja, und unsere... Lässt ist glaube ich down. Der dashed doch eh gleich wieder zu mir. Pass mal auf. Ich hab meine Ulti wieder. Oh, der ist weg. Wenn er nicht stirbt. Ja, das will ich nicht leben. Das ist schon... Nächste Runde kann er eh wieder dashen. Ah, deswegen. Was heißt denn an's Doppelverkriegter? Okay. Hä? Das wäre ja unsichtbar. Ach so. Wenn sie jetzt weit genug wegläuft, kannst du überleben. Nevermind. Final turn. Der Hund kann nicht weg, ne? Fiegt nicht so aus. Zykler. Richtig. Das Problem ist, dass Celester sichtbar ist. ungünstig steht zu 5 und rask ist halt theoretisch low die frage wo er ist ich kann ja immer hier oben die das checken er ist halt zweimal gedasht von uns weg also wahrscheinlich bei helio irgendwo nur uns so geht auch wenn sie sonst wohin rennen das ist sehr gut natürlich kann ich jetzt kann beide treffen zum reinziehen wo läufst du hin weil ich doch stecken wenn du zusammenziehen kannst dann bleiben wir hier drin können auch beide nicht ausweichen von daher er macht es auf sich selber nicht auf ihn nicht auf den rask ich glaube er denkt dass rask auf jeden fall tot ist ja aber dann haben wir ja gewonnen ich bin ja recht fit eigentlich noch aber das ist schon die letzte aktion jetzt ich bin immer gescrambelt oh ich habe den gg-boost den gg-boost verschwenden ja notmatrix level 4 dr finn und wieder zehn von diesen prestigepunkten den gg-boost rank points ja an anderer stelle haben sie prestigepunkte genannt ich habe halt mehr geheilt als ahirio liegt einfach nur nicht daran ich habe auch nur mehr damage gemacht als er wir haben diese über du hast du das mal bis das